Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich spiele Jane und ich habe gerade festgestellt, ich habe mit Jane nur dieses eine Outfit. Also ein bisschen traurig. Aber gut. Irgendwann zieht vielleicht auch mal für Jane was Neues ein. Ich habe ausgewogene Landungen mit. Und auf der Map kann ich das nicht so oft nutzen. Nur am Hügel? Wenn wir einen Hügel haben. Oder wenn ich von so einem kleinen Pavillon Ding über die Rüstung springe vielleicht. Mal gucken, ob eine ausgewogene Landung dieser Runde irgendwas hilft. Ah! Trubby! Ein. Oh. Ich mache mal hier jetzt nicht mit, weil das Problem ist, wenn wir die Generatoren jetzt alle auf einer Kante machen, also auf einer Mapseite, haben wir ja am Ende ein großes Problem. Der Trapper will mit Absicht nicht aufgehoben. Will er fahren? Das wäre halt richtig sinnlos. Oh ja. Ja. Es wird gefarmt. Ein herzliches... Ah ne. Quatsch. Hehe. Sorry. Ich habe ja gerade diese Farming-Runde. Die erspare ich euch. Deswegen jetzt die Runde noch. Äh. Kotzi. Nerv mich nicht, Glödi. Ja. Habe ich einfach mal den Einstieg versaut. Ach, egal. Ist hier ein Trudem? Nope. Was machst du, Glödi? Lass mich doch. Gut. Ähm. Auf der Map könnte ich Rheinschwedisch Balanced Landing nutzen, wenn ich während der Jagd in diesen Mittelraum renne. Also in diesen Rundenraum da. Da gehen ja Treppen nach oben. Könnte ich Balanced Landing nutzen. Für meine Archiveaufgabe. Die Map könnte für Kotzi echt ein bisschen doof sein. Weil du rein theoretisch gut um Kurven rennen kannst, um ihrer Spucke auszuweichen. Weil hier nun mal viele Wände sind. Aber wenn es eine gute Kotzi ist, kriegt ihr auch das hin. Mal schauen, ob wir den Generator hier aus dem Weg geräumt bekommen. Mal schauen, ob ihr ein bisschen Fernsehen gucken. Mal schauen, nebenbei. Ich weiß ja nicht, was das sein soll. Fängen wurde angesporcht. Geht Glödi retten? Wird jetzt ungern den Generator aufgeben wollen. Schab ich mich. Ich dachte, die ist unten lang gegangen. Ich habe nur die Schwuppe. Sehr pop. Der Jen war fast fertig. Pop ist böse, wenn der Generator eine Weile zurücklaufen kann, ist halt der halbe Fortschritt weg. Wo wird sie aufgehangen? Sie hat Blutspucke. Ist nicht gut. Wenn man vielleicht retten möchte, muss. Die waren hinter mir. Oh. Ansteckende Angst. Wollen wir jetzt hier noch Generatoren? Die Map, die gibt es schon seit ich dieses Spiel spiele. Aber gut, sie wurde zwischendurch überarbeitet. Aber ich finde trotzdem keine Generatoren. Wobei man, glaube ich, auch nur nach flackernden Räumen gucken muss. Also flackernden Lichtern in Räumen. Aber... Oh. Hier könnte manchmal... Ist manchmal noch ein Generator. Heute nicht. Sie spuckt halt... Hier flackert doch das Licht. Ein Single-Gen. So, mal ein Plan. Übrigens habe ich jetzt herausgefunden... In irgendeinem dieser Krankenbetten soll wohl eine Kuh liegen. Habe ich noch nie gesehen. Wieso, wenn ihr wisst, wo auf dieser Map ein Krankenbett ist, wo die Kuh drin liegt. Das ansteckende Angst. Ich habe überhaupt keinen Herzschlag gehört. Jetzt habe ich was im Auge. Ich möchte aber jetzt nicht an mein Auge fassen. Wenn ich die Hand von der Tastatur nehme, kommt safe ein Skillcheck. Ich schaff's nicht. Ah! Er ist zu! Okay, das war mein Todesurteil. Hängen geblieben! Der Generator war fast fertig. Blödi, geh bitte hier rein. Jo, sie sitzt dran. So, sie darf sich nur kein Nöd haben. Die Ausgänge sind im Eck. Fing, was machst du? Er hat keine geliehene Zeit. Wow. Au! Wo ist die Luca? Blödi! Oh, oh. Der Blutspucke. Blödi, heilst du mich nochmal? Hier so. Der Blutspucke. Der Blutspucke. Oh, der Blutpucke. Der Blutspuck des Blutspusses. Er ist ein Wunder. Der Blutpucke. Der Blutpucke. Oh, der Blutpucke. Oh, der Blutpucke. Wieso ist sie nicht raus? Nein! Wieso ist die Luke so spät aufgegangen? Wenn sie kein Nöd hat, schaffen wir es. Ich wollte nicht auf der Luke stehen bleiben, schließlich war der Killer hinter mir. Und dann geht die Luke eine Millisekunde später auf. Ich habe nämlich gesehen, dass sie raus ist, die Clödie. Und dann geht die Luke nicht auf. Ich hätte umdrehen können, aber egal. Ich bin rausgekommen. Ja, ich bin rausgekommen. Das ist das Ende vom Lied. Und sie hatte sogar korrupte Interventionen. Das ist doch hier korrupt. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Da bin ich direkt zu den richtigen Generatoren gelaufen, wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und adieu. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.